Ich bin tot. Das ist eigentlich asozial. Ich bin tot. Da ist du. Da ist das. Was? Da ist das. 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 da ist. Da ist das. 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 da ist. da ist das. 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 das. Da ist das. da ist fear of sie, Ich habe eine coffee. Der Rave. Er kommt hier aber. Vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Hier. Nice. Ah, die sind gustig. HIT! Oh mein Gott, der ist echt gustig. Jungs, der lag wie h*** der Typ da. Er ist einfach h***. Der andere ist ein HP. Gibi ist hier unten. Ich kann nicht erheben, Digga. Digga, der lag. Ich sag ja. Wenn du jetzt springst. Hä? Wie mache ich das? Wer ist jetzt? Er kommt gleich. Ja, Digga, wo ist er denn? Er war gerade noch hier. Wir fliegen doch hier lange, ihr Tauben. Das geht auch an Death Boxen. Das geht auch an Death Boxen. Ich will mal den Double Jump versuchen. Und an der Graf zu kommen. Sind ja Leute oder was? Na ja. Was dahin. Ich war in die Pro das kam. Okay, ganzer Squad. Ich weiß. Ich konnte nicht wegrennen. Ja, der dritte ist auch jetzt hier. Ich hab einen Alternator, jetzt oder nie. Event. Aber überspringen. Mirage ist ziemlich low. Mirage ist so low. Mirage ist so low. Der ist schon lang. Da sind halt welche auch. Ja, sie rennt da in die Ecke. Ich glaube wir haben gerade gekornert von zwei Seiten. Ne, ne, ne. Einer ist da. Und einer ist da. Die gucken sich alle hin. Wenn niemand schießt. Ich will sehen, wer zuerst schießt. Ach, dass er schießt. Na ja. Das ist so einfach. Oh, ich hab den voll gelasert. Hinter uns, hinter uns. Habe ich. Der kann aber halt sich ansnicken. Finish dir, nice. Finish von das Ding. Der hat einen neuen Alternator für mich. Geil. Hör das. Hör das. Hör das. Lass pushen. Lass pushen. Beide Crank. Beide Crank. Zwei Crank. Pass auf. Hier ist noch eine Person. Hab beide. Hab beide. Peacekeeper. Von so einer. Der Typ hier links pickt halt die Solo. Ja, das ist. Die wirklich Solo die ganze Zeit. Ja. Sie hat mir 30 gerade gegönnt. Ich hoffe, ihr geht's gut. Sollen wir hier rein pushen? Lass die Valkyrie erst später abwadern. Die könnte uns eigentlich noch helfen. Oh shit. Durchaus. Ich mein, wir haben halt. Relativ drei Ringen. Die schon sollten hier bleiben. Ja. Ich hab halt mein Portal hier. Und wenn das weg geht, mach ich einfach meine Crew. Ja. Oder ich chill mich jetzt in den Baum. Warte, Jumphatch. Hat ein bisschen Damage. Ja, der. Warte. Oh, sie wird jetzt gutterschiert genug. Das war der Solo, das war der Solo. Das war der Solo. See, du. Heise. Wext. All genau. I can't. Nice. Jetzt. Wenn Endgame sind halt diesen Hoops, ich werde das verkehren.